ja und damit moin moin aus dem tierpark eckenhagen ihr seht es mit dem kleinen bandy wollte ich jetzt eigentlich noch umfahren aber jetzt hängt hier unten so ein schild da unten es regnet man kann aktuell nicht fahren dann ist es so vorhin fuhr sie ganz kurz aber jetzt wünsche ich euch viel spaß mit meiner impression hier aus dem tierpark hier 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.